Die sehen mich doch jetzt! Wenn ich hier rumstehe... Da kommt einer auf mich zu. Sieht nach Profi-Terrorismus aus. Damit meine ich professionell und pro-Terrorismus. Das grenzt es nicht groß ein. Wir wissen, er hatte Zugang zu professioneller Waffentechnik. Mal sehen, was ich rausfinde. Ich durchsuche die Gesichtserkennungsdatenbanken. Warum kommt die aber hinzu? Das ist er. Radu Florin. Ein angesehener Albion-Mitarbeiter, bis er seinen Boss mit einem explodierenden Truck überfahren wollte. Radu? Scheiße! Das ist der Typ, der mir bei Themis auf die Sprünge geholfen hat. Mein Kontakt war Albion. Dann war es doch kein inszenierter Angriff. Nigel Cass hat diesmal keine Pläne geschmiedet. Das muss ich erstmal verarbeiten. Was hat er herausgefunden, dass er verzweifelt genug war, um sowas zu machen? Na los, Bags. Schau mal, die Albion-Trucks haben Blackboxes am Fahrgestell. So wie Flugzeuge. Ich kann die Blackbox orten. Dann sollten wir die aktuelle Position des Trucks erfahren. Guter Plan. Check auch die Kennzeichen. Aber klar. Und ich überwache die Albion-Kommunikation und tue tausend andere Dinge, die du nicht würdigen wirst. Sieht nach verärgerte Mitarbeiter aus. Cass muss den Typen echt richtig wütend gemacht haben. Wenn sich bei Albion Ernüchterung breitmacht, können wir das ausnutzen. Sehen wir uns den Truck an. Kann ich hier nicht erstmal gehen? Laut Albion-Funkverkehr haben sie den Truck zum Ort des Toan-Anschlags gebracht. Und was noch seltsamer ist, Radu-Florence-Leiche haben sie mitgenommen. Zum Toan-Anschlagsort? Aber warum? Albion hat die Bergung am Tatort koordiniert, was jetzt eher nichtssagend ist. Das ist eine Müllhalde, oder? Für Probleme, die verschwinden sollen. Wenn wir den Truck finden, finden wir auch Radu. Definitiv. Ja, hab auch grad schon gesagt, man hört's raus, dass er das ist. Aber ich fand's grad in dieser einen Szene, wo er so ein Fernsehinterview gegeben hat, also Nigel Cass, extrem, dass man's gehört hat. Jetzt grad auch relativ deutlich, aber grad so am Anfang, wo man Nigel Cass jetzt erst kennengelernt hat, fand ich's noch gar nicht so krass aus. Wow, meine Mama wäre stolz. Ich bin echt krass. Letzzeck macht Spaß. Letzzeck hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Okay. Danke, Bagley. Schätze ich. Bagleys Sozialkompetenz bedarf ein wenig, äh, Gewöhnungszeit. Gut gemacht, Mann. Okay. Okay, wo müssen wir hin? Ich nehme auf jeden Fall das Auto. Ah, wir könnten da mit Mura rein theoretisch auch. Ja, aber sie hat ja in fast jedem Spiel mittlerweile Rollen. Weißt du, was ich mich aber jetzt nochmal gefragt hab? Wenn sie jetzt halb-halb Türkei und Berlin wohnt, was macht sie eigentlich mit ihren Katzen? Die ganze Zeit, wenn sie in der Türkei ist. Jetzt hab ich noch nicht ganz verstanden. Ich bin am Ort des Toan-Anschlags. Hier hat Albion den Truck vom Finsbury-Anschlag hingebracht? Ja, wir wissen aber noch nicht, warum sie ihn hierher gebracht haben. Mal sehen, was ich rausfinde. Drohnen. Wir könnten mit einer Drohne reinfliegen. Haben wir hier auch wieder uniformierten... Oh, wir könnten auch als Bauarbeiter hier rein. Oh, wir bleiben mal bei ihr. Falls sie stirbt. Haha. Haben wir dann immer noch unseren Bauarbeiter. Ich weiß nicht, weil immer... Also, ich guck ja immer ihre Insta-Stories. Da hat sie nie ihre Katzen in der Türkei. Aber nur, wenn sie in Berlin ist. Nicht gut. Funktioniert nicht so, wie ich gedacht hab. Upsi. Findet die Zielperson. Drohne. Suchprotokoll starten. Na, das ist ja jetzt blöd. Na kurz was trinken. Fängt hier doch jemand in der Zeit bei ihr ein? Ja, aber ich weiß nicht. Ist immer so... Sie hat ja mal geschrieben, sie möchte 50-50 Türkei und Berlin machen. Aber es ist ja irgendwie immer ein paar Wochen dort, ein paar Wochen hier. Wer hätte denn Lust, ständig hin und her zu ziehen? Also, ich nicht. Ich muss ja aber auch sagen, ich zum Beispiel könnte das niemals... Also, ich könnte meine Wohnung niemals untervermieten. Hier ist mein ganzes Zeug in meiner Wohnung. Alle persönlichen Sachen. Und selbst wenn es nicht persönliche Sachen sind. Aber hier ist halt einfach mein Charakter in der Wohnung. So. Ähm. Ich könnte das niemals untervermieten. Ja, das ist ja nämlich genau die Frage, die ich mich frage. Ich wollte es jetzt nicht so aussprechen, aber... Das ist die Frage, die ich mich frage. Ich habe es bei ihr ehrlich gesagt noch nie verstanden. Weil sie immer schon viel unterwegs war. Aber das jetzt macht es ja nicht besser. Ich wollte sie kapern. Sie kann nicht weit sein. Drohne. Bleib in Position. Alarm bereit. Alte Position. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Oh, da ist ja sogar ein automatisches Geschütz. Ups. Ja, das wird jetzt ein bisschen kniffliger, hier reinzukommen. Ah, das kriegen wir schon hin. Ich hätte gern nochmal so eine kleine Drohne. So eine. Na, da kommen wir nicht ran, ne? Ach so, das ist ne Albion Drohne, mit der kann ich nix machen. Mensch. Wo ist der Dudenschlüssel? Da hinten. Wo ist der Dudenschlüssel? Da hinten. Da ist Schlüssel. Hier waren wir ja übrigens auch schon mal. Mit unserem Bauarbeiter. Da. Erinnert ihr euch? Wer sind wir da unten rum? Grauchelt. Du schaffst das schon? Okay. Hier ist nur ungünstig. Was macht der da? Ach, die Drohnen sind halt auch gefährlich, ne? Ach du Kacke, er guckt in meine Richtung. Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Keiner sieht mich. Das ist der Truck, der beim Finsbury-Anschlag verwendet wurde. Ich habe ein Match für die Fahrzeugnummer und Nummernschild. Die Dashcam ist Schrott. Aber die Kameras vor Ort haben Ton aufgezeichnet. Sollten wir uns anhören. Dann können wir erst gehen? Oh Scheiße, der ist ziemlich verbrannt. Passiert bei einer Explosion. Fuck. Hab ihn immer bei der F&E gesehen. Kanntest du ihn? Gott nein. Aber selbst wenn, würde ich nicht darüber sprechen. Du verstehst? Ich erfasse mehrere Optics ohne verbundene Vitalzeichen in der Nähe. Dort sollten wir nach der Leiche des Fahrers suchen. Bin dran. Wir müssen in den Keller, oder? Ich habe das Gehär. 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 Wieder runterschleichen. Und crazy. Obwohl, nee. Das ist gar nicht unten. Das ist bloß am hintersten Ende des... Hier ist auch noch einer drin. Was ist, wenn wir dort hinten über das Gelände gehen? Was ist, wenn wir hier rüber gehen? Sieht das jemand? Ja, nein. Das klingt super. Aber sicherlich. Ja. Wenn das geht, sicher. Dann funktioniert das. Das wäre fantastisch. Super. Das Geschütz durfte mich ja eigentlich nicht angreifen. Ich bin ja von Elbien. Oh, warum ist hier eine Munitionskiste? Ja. 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 Das ist nicht mal das Richtige hier. Kann ich hier auch gehen? Nein. Das wäre auch zu einfach gewesen. Äh. Ja. Weißt du? Ja. Die Reise. Oh, da steht einer. Da kommt einer runter. Da stand aber auch einer. Gerade noch. Warum zeigt es mir die nicht? Ach du Scheiße. Sandwich. Geh bitte. Das muss er sein. Er hat überall Verbrennung. Und ein Stück kaputtes Metall in der Birne, das vielleicht mal eine Optik war. Ja, aber nicht kaputt genug, um... Super, Bagley aufzuhalten. Ich lade jetzt alles aus seinem Cloud-Speicher herunter und empfehle, da zu verschwinden. Wie kaltblütig muss man sein, um ausgerechnet hier seine Leichen abzuladen. Wenn man bedenkt, dass ständig neue Leichen aus den Toa-Antrümmern geborgen werden, sie bringen um, wen sie wollen, und kommen damit durch. Ja, so sieht es funktioniert. Hast du das gesehen? So wie man früher auf Verstecken gespielt. Ich seh dich nicht, siehst du mich auch nicht. Funktioniert. Wir gehen wieder dort hinter dem Zelt hoch. Ich glaube, das ist ganz gut. Hast du gesehen, ja? Ich frage jetzt nur, wie wir dann dort oben über die Mauer kommen. Ah, hier sind Container. Okay. Ich habe eine Audiodatei von der Leiche des Angreifers entschlüsselt. Soll ich sie abspielen? Du bist Brandbecks. Sie sind oben, Mom. Sie warten dort oben und niemand weiß es. Die Leute denken, er würde sie beschützen, aber das ist ihm egal. Er will Kontrolle. Er hat sie hochgeschickt, um uns zu beobachten. Und mehr. Er nennt es Gerechtigkeit. Themis. Drohnen. Ein schlechter Scherz. Das Projekt war tot, aber er ließ das Team einen Upgrade erstellen, das einen System-Neustart bewirkt und... Du hast es immer gehasst, wenn ich so gesprochen habe. Ich... Ich lasse das nicht zu. Und ohne ihn geschieht es nicht. Mom, ich werde etwas tun. Etwas Schreckliches. Zumindest werden die Leute das denken. Wenn sie wüssten, was ich weiß, würden sie besser von mir denken. Ich bin kein Monster, aber ich muss ein Monster aufhalten. Mom, wirklich. Hättest du die Chance, etwas Schreckliches zu verhindern, indem... indem du jemanden tötest, würdest du es tun? Etwas fürchterliches? Es tut mir... Ich liebe dich. Das muss ein Scherz sein. Unglaublich, dass diese Themis-Drohnen schon die ganze Zeit über uns schweben. Ein System-Update und sie werden zu fliegenden Killern. Dauert vielleicht Monate, aber Cass könnte das Projekt wieder zum Laufen kriegen, wenn wir die Drohnen nicht zerstören. Baxi-Boy, die Themis-Daten, die wir bei Tidus gelöscht haben. Weißt du vielleicht noch genug davon, um ein vernünftigeres Upgrade zu entwickeln? Sogar noch besser. Ich kann aus den Daten an sich einen Virus programmieren. Bagley, was hat dich dazu geritten, eine Kopie der Themis-Daten zu behalten? Ich hatte ihn drum gebeten. Es ergibt keinen Sinn, Daten einfach zu löschen. Man weiß nie, wann man sie brauchen könnte oder was man so erfährt. Also, wie nutzen wir das, um die Drohnen zu infizieren? Albion hat einen wichtigen Kommunikationshub bei der Tower Bridge. Lad den Virus da hoch, dann kriegen alle Drohnen was ab. Dann mal los. Don't ask us for a smile. Was ist eine Kernherausforderung? Ähm, das ist hier von Ubisoft. Ähm, du hast hier verschiedene Challenges, die du machen kannst. Und da habe ich anscheinend gerade was abgeschlossen. Escape from an Albion Purse? Ne, heute ist der neunzehnte. Keine Ahnung. Aber irgendwas habe ich hier gerade abgeschlossen. Und da kommt dann immer dieses Kernherausforderungs-Ding. Oder ich weiß nicht, ob es hier generell auch sowas wie Trophies gibt. Ja, da kommt irgendwie manchmal dieses Kernherausforderungs-Ding. Also es ist von Ubisoft, das ist jetzt nicht direkt vom Spiel. Falsche Taste. Warte, muss ich mal raustappen. So. Ähm. Da müssen wir hin. Ach, das ist die Brücke, wo wir schon 20.000 Albion-Rekruten abgeholt haben. Das erinnert mich an schlechte Zeiten. Tower Bridge. Ich glaube, das kann man auch ausschalten, dass das nicht aufploppt. Aber es war ja bisher erst zwei, dreimal jetzt im Spiel. Von daher stört mich das jetzt nicht so. Ja, 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 hartlich kapiert. Ja, doch, das ist verstanden. Ich gehe aber nicht aus dem Weg hier, die Leute in London. Okay, das ist jetzt Mission 3 im Nigel Kapitel, dann gehört wahrscheinlich noch eine weitere Beziehung. Du könntest damit anfangen, ihre Encrypter zu zerstören. Wenn du gut im Hacken bist, könnte die ein oder andere Kampfdrohne sicher helfen. Okay, verstanden. Ah, die falsche Taste. Oh! Look at that! Wir haben einige Technikpunkte. Wie sie alle gucken, ja. Ich sag, also die Londoner sind speziell. Was denn jetzt schon wieder abgeschlossen? So und so viel Technikpunkte ausgegeben wahrscheinlich. Ähm. Okay, wir können jetzt nur das kaufen, aber ich weiß nicht. Ich nutze das eh nicht. Ich nehme immer bloß Spidey. Also wir können auf jeden Fall jetzt Jagddrohnen auch kapern. Und die hier können wir kurzzeitig deaktivieren. Und die hier können wir kurzzeitig deaktivieren. Und die hier können. Oh! Oh! Warte, was genau muss ich jetzt zerstören? Da oben. Äh. Da ist so ein Parcel. Drohnen. Hier war es ein Weg. Hier sind Nachrichtendrohnen. Damit werde ich nichts tun machen können. Wir müssen mit Spidey irgendwie da hoch. Aber wir können auch da nicht einfach hochlaufen, oder? Haben wir hier irgendwie eine Treppe nach oben? Was? Äh. Kann ich bitte... Ich muss schon was sehen, wo ich hinfliege. Sonst wird das nix. Ich habe hier noch ein paar Fallen, die ich aktivieren kann. Da unten sind Fallen. Hä? Wie soll ich da... Wie soll ich das genau machen? Spidey muss da hoch. Und jetzt? Wie kann ich die in der Kampfdrohne reinströtig einfach abschließen? Der hat ja deswegen gesagt, eine Kampfdrohne? Aber hier ist noch irgendwo eine Kampfdrohne. Ja. 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 Ich bin falsch. Ja. Ja. Vielen Dank.